hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video im prinzip zum zweiten teil der turniergeschichte denn in diesem video geht es um meinen turnierauftritt mit q der ja eigentlich so gelaufen ist wie ich so ein bisschen gedacht habe und mit uns trotzdem irgendwie blamiert haben ist halt so nachdem ich aus dem urlaub also wieder da war hatte ich zwei wochen im prinzip zeit mich auf das turnier vorzubereiten und das habe ich auch wirklich intensiv genutzt und habe mir quasi ein bootcamp bei kim gebucht und habe mich strizen lassen dass ich endlich ja mir einer mal ein arsch tritt dass ich das pferd richtig gescheit irgendwie reite meine nerven brauche ich euch nicht zu erzählen das ging dann je näher das turnier kam meine nerven wurden immer mehr so denn ich bin halt einfach wirklich schon vier jahre kein turnier mehr geritten und jungferdeprüfung sowieso nicht das turnier was ich mir ausgesucht hatte hatte auch leider keine reitpferdeprüfung das heißt wir haben eine dressur pferdeprüfung der klasse a genannt und auch geritten war sicherlich nicht der klugste einstieg ins turnier leben für mich aber ich wollte unbedingt auf diesem turnier reiten warum weil ich in diesen auf diesem turnier vor vier jahren das letzte mal mit meinem ruby geritten bin das heißt mein ruby ist dort seine letzte prüfung gegangen konnte sich auch noch ein schleifchen holen mein ruby ist da auch ein jahr später verabschiedet worden und deshalb war das für mich ein sehr ja ich möchte mal sagen emotionaler aspekt dass ich gesagt habe ich möchte da mein erstes turnier wirklich mit q reiten dann war er irgendwann da der freitag und es ging für mich früh in den stall damit ich alles in ruhe noch einpacken konnte den hänger packen konnte transporter packen konnte das pferd fertig machen konnte mich irgendwie versuchen konnte zu beruhigen denn wie gesagt ich war schon sehr sehr aufgeregt das merkt man bei mir immer sehr gut dass ich irgendwann sehr still werde weil ich laber eigentlich sonst schon sehr viel und so in mich kehre das heißt also ich denke viel nach und mach und tu und ja dann ging es irgendwann los richtung turnierort wir sind in der ersten fuhre mit vier pferden gefahren weil es mehrere jungpferdeprüfungen auch hintereinander waren und ich war gesetzt erstes paar erstes pferd gotterdank mit kim zusammen in einer abteilung was mir irgendwie ein bisschen sicherheit geben konnte weil ich wusste kim kennt mich kim weiß wie ich reite welches tempo ich reite ich muss nicht auch noch darauf achten dass ich den anderen reiter nicht behindert also es war einfach für mich ein sicherheitsgefühl dass jemand gewohnt dass eine gewohnte person für mich mit im viereck dabei war an dem tag begleitet hat mich die liebe mareike pfeffer die hat nämlich ganz ganz viele tolle fotos gemacht und da werde ich euch jetzt auch immer mal welche einblenden wir haben dann irgendwann natürlich angefangen das pferd fertig zu machen das war etwas schwieriger weil wir in der nähe von dem wiesen geparkt haben und da kam gerade pferde raus und dann sind diese ganzen pferde über die koppeln galoppiert und so und das fand q schon etwas lustig da könnte man mitmachen aber es hat sich alles im rahmen gehalten also wir hatten dann sobald dann sattel und alles fertig drauf war und wir losgelaufen sind kam tatsächlich auch sofort die ruhe in das pferd und er sagte sich okay wir gehen jetzt auf den turnierplatz ich kenne das alles gut entspannt euch ich möchte an der stelle auch noch mal ein herzliches dankeschön an alex an unseren bereiter sagen weil er hat mich echt super unterstützt und hat mir echt ganz toll ich sag jetzt mal händchen gehalten da kim ja selbst parallel fertig machen musste habe ich hier einfach ein bisschen hilfe benötigt und alex hat das echt super super toll gemacht ich habe mich gefühlt wie bei meinem ersten turnier also er hat mir so gut zugeredet und er hat mir auch so viel abgenommen und immer gesagt guck doch wie entspannt er ist denn das doch alles in ordnung und 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 wir haben dann einfach ein bisschen ablongiert also beziehungsweise alle hatten ablongiert ich habe in der zeit dann geguckt dass ich wieder halbwegs ans atmen kommen und dann war der moment wo ich mich drauf gesetzt habe und ich muss sagen ich habe mich die ersten paar runden noch kurz an der longe führen lassen habe mich dann abnehmen lassen und es war dann das alte turnier feeling wieder da ich habe mich auf einmal so wohl gefühlt ich bin die ersten runden getrabt und ich habe gemerkt wie von runde zu runde meine anspannung abfiel also wie ich wirklich durchatmen konnte wie ich auf einmal angefangen habe zu lächeln weil ich einfach dachte verdammt du reitest mit deinem eigenen vierjährigen jung hengst auf dem turnier und das war schon für mich alles so berührend und ein schönes erlebnis dass wir die prüfung eigentlich schon im prinzip egal muss man einfach mal so ein bisschen sagen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Q wurde dann in der Prüfung leider etwas klemmig und anstatt dass ich versucht, dieses Problem zu lösen, also einmal nach vorne zu reiten, ihn wieder zu lösen, habe ich es, glaube ich, einfach noch schlimmer gemacht, weil ich habe komplett aufgehört zu reiten. Ich habe gehalten und habe auch nicht mehr richtig sitzen können und habe selbst geklemmt, also habe ich dieses Problem einfach noch extrem verstärkt. Ich zeige euch jetzt einmal die Prüfung und ich werde euch da auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Los ging es also und ihr seht gleich auch schon das erste Problem, was auftritt, nämlich, dass ich zu hart mit der Hand war in der Wendung und dann passierte das. Juhu! Genau. Er hat sich einmal rausgehoben, aber gut, das passiert. Ihr seht also jetzt schon, er kommt mir so ein bisschen auf den Kopf und ich reite einfach von hinten nicht mehr nach. Also er wird jetzt schon eng, schon beim Einreiten, was natürlich eher suboptimal ist. Vom Fleck weg antraben, das können wir ein bisschen. Und genau, da ist das gleiche Spiel nochmal mit der Hand, weil ich halt einfach angefangen habe zu klemmen. Ihr seht jetzt auch im Bewegungsablauf im Verhältnis vorher zum Abreiteplatz wird das alles sehr klein von der Bewegung, sehr schnell. Also er ist halt einfach nicht mehr raumgreifend, in Anführungszeichen, für seine Verhältnisse. Das sieht alles so ein bisschen jetzt, ich nenne es immer Mickey-Maus-artig gelaufen aus. Das ist wie gesagt aber auch einfach daran geschuldet, dass ich nicht vorwärts reite. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Ich komme halt einfach mit dem Bein nicht hinterher und dann kriege ich halt so die Quittung. Also zulegen ist natürlich dann auch schwierig, wenn es dann eh schon so ein bisschen klemmt, dass es dann auch noch weiter vorwärts geht. Das kann ich dann von ihm wirklich nicht mehr verlangen. Übergang zum Schritt. Also hier könnt ihr so ein bisschen erahnen, dass ich wirklich versucht habe, die Zügel lang zu lassen und ihm einfach die Dehnung auch zu ermöglichen. Das hat er auch angenommen, aber halt nicht mit so Tendenznase vor, wie man es sich halt einfach wünscht. Also er war halt einfach dann auch nicht mehr, ich will sagen, einfach nicht mehr vor dem Bein. Und das ist einfach natürlich nicht so schön. Antraben dafür wieder so ein bisschen gut. Dann kam gleich eine kleine Sequenz. Da hat die Leserin sich leider versprochen und ich war kurz etwas irritiert, weil ich dachte, die Aufgabe geht doch anders. Kurz danach hatte ich die Kim hinter mir, die als Vollprofi mir gleich gesagt hat, angaloppieren, ganze Bahn. Die wusste schon gleich, wo es lang geht. Ich wusste es nicht. Ich war kurz etwas überfordert. Dann genau, ganze Bahn. Also das gleiche Spiel kann ich jetzt hier auch wieder sagen. Nicht vor dem Bein, nicht geritten. Und dementsprechend einfach auch nicht in der Aufrichtung, wie man es sich halt einfach wünscht. Klar muss ein junges Pferd gerade noch nicht in volle Aufrichtung gehen, aber halt eben auch nicht so. Also das habe ich echt nicht gut gemacht. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich in dem Moment so gedacht habe. Ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, okay, ich reite jetzt hier einfach irgendwie mal schnell durch und möchte es hinter mich bringen. Hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie war es doch so ein bisschen. Ich war dann voll in einem Tunnel drin und dachte einfach, okay, ich gucke jetzt nur noch, dass ich das irgendwie zu Ende bringe. Also ich habe jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl, in Anführungszeichen, dass ich jetzt sage, es hat sich super gut angefühlt. Und es war aber überhaupt nicht gut. Also es hat sich nicht gut angefühlt. Das brauchen wir nicht darüber sprechen. Auch jetzt hier beim Zügel aus der Hand kauen lassen. Also er lässt einfach nicht reell dann über den Rücken los und kriegt einfach die Tendenz in die Nase vor nicht. Also das kann ich auch alles gut selbst so ein bisschen einschätzen. Falls ihr euch jetzt wundert, wo Kim abgeblieben ist, der hatte einen kurzen Moment am Richterhäuschen, wo sie ihn einfach einmal rausgenommen hat. Und deshalb hat sie quasi dann einfach so ein bisschen kurz hinterher gehangen. Ich war halt ein bisschen schneller, habe dann halt einfach schon mal gegrüßt. Und das Lustige war, was man jetzt so gut sieht, bei mir ist dann die Anspannung abgefallen. Ich habe dann den Zügel lang gelassen und habe ihn gelobt und er stand einfach wie ein Fels in der Brandung und hat gewartet, bis die Kim dann auch da war. Ja, dass wir uns nicht mit Ruben gekleckert haben, das habt ihr gesehen. Also am Ende hätte ich einfach auch die Hand heben sollen. Gut, habe ich nicht. Wir haben uns eine 5,8 abgeholt. Aber immerhin besser als das erste Turnier mit Rubi, wo ich eine 5,1 hatte. Ja, also alles gut. Die Note war für mich einfach erst mal zweitrangig, weil ich habe mein Ziel erreicht. Mein Ziel war es nämlich, zweimal zu grüßen und das habe ich getan am Anfang und am Ende. Ich bin nicht ausgeschieden, ich bin nicht runtergefallen. Das war mein Ziel fürs erste Turnier. Ja, und im Prinzip ist, die Richter haben genau das gesagt, was ich halt auch schon gesagt habe, dass er halt einfach zu eng kam und dass er halt einfach nicht mehr losgelassen hat im Rücken. Und ich habe ihn dann wieder auf dem Hänger geparkt und es war eigentlich einfach, also es war ein bisschen ein längerer Tag, weil wir dann noch gewartet haben, bis sie dann danach auch die Dressur für der Elle und so durch war. Und der Q ist einfach irgendwie lustigerweise echt so ein Turnierpony, obwohl er es nicht kennt. Also er stand zusammen mit einem Wallach auf dem Hänger und die haben auch eigentlich relativ schnell ihr Heu jetzt leider leer gehabt, also die haben echt Gas gegeben, aber sie standen so entspannt. Also die standen entlastend auf dem Hänger nach dem Motto, wir warten, wir werden schon irgendwann nach Hause gebracht und etwa alles gut. Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann lädst du den ab, dann ist der entspannt, dann machst du die Zöpfe raus. Also es ist, du hast das Gefühl nicht, dass du mit einem vierjährigen Pferd fährst, was jetzt eben dann sein viertes Turnier gesehen hat, sondern du hast das Gefühl, du fährst mit einem sechsjährigen, der das schon seit drei Jahren irgendwie alles mal mitgemacht hat. Und das ist für mich einfach viel mehr wert als irgendwas anderes, gerade jetzt am Anfang. Also ich möchte für mich zum Reiten kommen, das ist halt mein nächstes Ziel für das nächste Turnier. Ein Turnier steht wahrscheinlich noch an, also so 80 Prozent, das dann auch das letzte dieses Jahr für mich sein wird. Ich möchte das nochmal einmal probieren, einfach für mich mehr, wie gesagt, zum Reiten zu kommen, bewusster zu reiten, mir weniger Stress, um andere Sachen zu machen, die einfach unnötig waren. Also unnötiger Stress, weil einfach überhaupt ja gar keine Probleme vorhanden waren. Und dann schließe ich für meine persönlichen Bedürfnisse auch super zufrieden mit der Saison ab. Ich brauche keine Schleifen, um erstmal happy zu sein. Klar ist es immer, also Schleifen sind immer gut fürs Ego, aber das ist nicht meine Promisse. Also das weiß ich und ich bin da blöd, dass das Pferd einfach auch sich nochmal ein bisschen anders bewegen müsste für so eine Dressur für der A und ich halt anders reiten muss. Gut, shit happens, ist so. Kann mir jetzt nicht aussuchen, kann mir jetzt, kann ich irgendwie extra maßschneidend eine Prüfung für mich zusammenlegen. Ich muss mit dem leben, was kommt und das machen wir. Und dann ist der Winter lang genug und dann können wir weiter üben und dann ist er nächstes Jahr ja auch 5. Das heißt, dann kann ich auch normale Art-Ressuren reiten und dann wird das alles vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher. Wie will ich sie? Auf jeden Fall, ja, das war mein erstes Turniererlebnis mit meinem Q. Und genau, ihr konntet jetzt ein bisschen dran teilhaben. Und ihr könnt euch freuen dann, dass dann vielleicht bald ja schon wieder ein neues Video zum Thema Turnierreiten kommt. Zwischendrin werden jetzt aber nochmal ein paar andere einfließen. Bleibt ein bisschen am Ball. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben. ...